Der i650 ist ein Rauchwarnmelder der neuesten Generation mit integriertem Mikroprozessor und automatischer Verschmutzungskompensation. Der Rauchwarnmelder arbeitet nach dem Streulichtprinzip und verfügt über eine fest eingebaute 10-Jahres-Lizium-Batterie. Die VDS-Prüfung sichert die Qualität. Sein EasyPress-Knopf spart Zeit und ist sehr bequem. Die anschwellende Alarm-Lautstärke im Testmodus ist angenehm fürs Ohr. Durch die Stummschaltfunktion können Störungen einfach weggedrückt werden. Die automatische Kompensation bei verunreinigter Rauchkammer minimiert die Fehleranfälligkeit. Der i650 führt einen automatischen Selbsttest mit Fehleranzeige durch. Dies garantiert die Funktionsbereitschaft im Ernstfall. Keine Sicht- oder hörbaren Anzeigen im Betriebsmodus. Durch die Demontagesicherung wird das Gerät vor unbefugtem Entfernen optimal geschützt. Mit der Stürm